Das sind die Müllers. Gemeinsam mit ihren Kindern Mia und Leon schauen sie sich gerne neue Städte an. Dabei möchten sie möglichst flexibel und unabhängig sein. Bei ihrem Spaziergang durch die Stadt entdecken sie eine Infotafel mit QR-Code. Mama Claudia hat ihr Smartphone immer dabei und scannt den QR-Code direkt ab. Sofort öffnet sich eine Webseite mit weiterführenden Informationen. Während sich die Eltern historische Informationen und Bilder anschauen, können sich die Kinder eine spannende Geschichte anhören. Auf einer Karte finden die Müllers die nächsten Stationen des Rundgangs und können sich direkt dorthin navigieren lassen. Das Museum hat noch geöffnet. Spontan lassen sich die Müllers zu einem Besuch inspirieren. Die Kinder brauchen eine Pause. Mia hat Hunger und Leon möchte ein Eis. Über den Rundgang findet Vater Jörg ein passendes Restaurant in der Nähe. Gemeinsam hören sie sich die nächsten Stationen der Audiotour an. Was für eine spannende Entdeckungstour. Die Müllers sind begeistert und empfehlen den Rundgang ihren Freunden.